Im Studium des Radiokollegs darf ich nun den Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien und den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats für das Haus der Geschichte Österreich, Professor Oliver Radkolb, begrüßen. Schönen guten Tag. Radkolb, am 12. März 1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein. Neben dem Anschluss von außen gab es aber auch einen Anschluss von innen. Innerhalb von Polizei und Her gab es ja bereits in den frühen 30er Jahren geheime NS-Organisationen, auch die Monopolorganisation des Ständestaats. Die Vaterländische Front war nationalsozialistisch durchsetzt. Mit der Einrichtung des volkspolitischen Referats in dieser Vaterländischen Front 1937 schuf man sogar institutionell eine Basis für die nationalsozialistische Unterwanderung. Das heißt, obwohl sich der Staat genau genommen selbst aufgegeben hatte, definierte sich nach 1945 das offizielle Österreich und bald auch die Öffentlichkeit fast ausschließlich als Opfer des deutschen NS-Regimes und zwar meist unter Verweis auf die Moskauer Deklaration des Jahres 1943, in der es hieß, Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika sind darin einer Meinung, dass Österreich, das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll. In ihrem Buch, Herr Antkolb, die paradoxe Republik, sprechen sie von der Konstruktion einer breiten, und differenzierten Opfermehrheit aus überlebenden Soldaten und der Homefront-Generation, eine große Mehrheit Frauen, unter der dann zahlreiche Konflikte aus der Zwischenkriegszeit begraben wurden. Welche denn? Die schon in der Deklaration der provisorischen Staatsregierung Renner vom 27. April 1945 von allen neuen politischen Parteien mitgetragene Opferdoktrin ist sowas wie der rote Faden durch die frühe Zweite Republik, dass man sich pauschal mit Ausnahme der sogenannten illegalen Nationalsozialisten aus der Zeit Juni 1933 bis 12. März 1938 als Opfergesellschaft definierte, ermöglicht es auch, die heißen Kapitel und Fragen des Bürgerkriegs vom Februar 1934 ebenso wegzuwischen wie die Tatsache, dass es natürlich schon eine Unterwanderung des autoritären Staates des Dolphus-Schuschnig-Regimes durch Nationalsozialisten gegeben hat. Beispielsweise bei der Polizei Gendarmerie schätzt man so rund 20 Prozent, deutlich weniger. Beispielsweise beim Bundesheer, das ja damals ein Berufsheer war. Aber selbst die österreichische Nationalbank hatte mehr als 40 Prozent Nationalsozialisten und ihren Mitarbeitern und Beamten und das war ihnen auch bekannt. Also man merkt wirklich diese Doppelbödigkeit auch des Kampfes gegen den Nationalsozialismus. Man spricht in diesem Zusammenhang ja vom Opfermythos. War der auch dafür verantwortlich, dass die Entnazifizierung in den ersten Nachkriegsjahren zwar zunächst schärfer als in Deutschland erfolgt, im Zuge des Kalten Kriegs aber praktisch eingestellt und auch die Restitution geraubter Vermögenswerte zunehmend verzögert wurde? Der Opfermythos spielt am Anfang kaum eine Rolle in der Entnazifizierung. Die ist, wie Sie auch zu Recht gesagt haben, in dieser ersten Phase sehr streng, allumfassend. Aber spielt dann auch eine Rolle aus dem Selbstverständnis der ehemaligen NSDAP-Mitglieder oder Mitglieder ihrer diversen Organisationen oder der SS, dass sie sich plötzlich als Opfer der Entnazifizierung definiert haben. Also wir haben es dann mit einem doppelten Opferbegriff zu tun, der sich dann schnell im Kalten Krieg ab 1946, 47 und vor allem mit der Zulassung des Verbands der Unabhängigen als eine politische Partei, die primär die Interessen der ehemaligen NSDAP-Mitglieder vertreten hat, dann erfüllt hat. Also eine merkwürdige Ausweitung dieser Opferdoktrin ist ab 1946 zu beobachten. In der Moskauer-Deklaration des Jahres 1943 forderten die Alliierten ja auch einen Beitrag Österreichs zur Befreiung ein. Wurde das denn erfüllt? Diesen Beitrag zur Befreiung hat es tatsächlich gegeben, nicht im Sinne eines flächendeckenden Beitrags, der wirklich auch die militärische Situation wirklich auf den Kopf gestellt hätte. Aber sie haben einen massiven Widerstand, zumindest im Jahr 1945 in Tirol. Innsbruck ist befreit, bevor die amerikanischen Truppen einmarschieren. Sie haben viele Einzelschicksale, viele Todesurteile, tausende Verhaftungen von Widerstandskämpfern, viele Kommunisten, viele Monarchisten, viele Konservative. Aber die Gesellschaft als Ganzes hat nicht nur das NS-Regime akzeptiert, sondern hat vor allem in der Anfangsphase, und das zeigt sich vor allem bei den Verfahren gegen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen einen unglaublichen Hang auch zur Denunziation, zum Verrat, zum Anzeigen gehabt. Also das ist die Kehrseite, glaube ich, auch der österreichischen Gesellschaft. Also sie haben auf der einen Seite durchaus individuellen starken Widerstand, politischen Widerstand. Auch im Exil wurde viel versucht, zur Befreiung Österreichs beizutragen. Aber auf der anderen Seite haben sie die Akzeptanz des Regimes in der österreichischen Gesellschaft, jetzt in dieser deutschen Gesellschaft und auch einen extremen Hang zur Denunziation. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, besteht das Problem mit der Moskauer Deklaration darin, dass sich jeder als Opfer fühlen konnte, auch der Offizier, der auf dem Balkan nur seine Pflicht getan hatte. War Kurt Waldheims Verschweigen seiner Kriegsvergangenheit auf dem Balkan im Präsidentschaftswahlkampf 1986 tatsächlich ein Wendepunkt? Seine Wahl zum Bundespräsidenten war ja doch eigentlich eine Bestätigung des Opfermythos durch eine Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen. In der ersten Phase ist es sicherlich richtig, dass dieses dann im zweiten Wahlgang klare Votum für Kurt Waldheim auch ein Votum über die Auseinandersetzung der Österreicher mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust gewesen ist. Wenn man aber die Entwicklung ab 1986 ansieht, dann merkt man schon, dass gerade dieses Diktum vom Waldheim, ich habe nur meine Pflicht erfüllt, dann zunehmend infrage gestellt wurde in den Medien, in der Politik. Und eigentlich hat Kurt Waldheim, der sicher kein Kriegsverbrecher gewesen ist, aber sehr viel wusste über Kriegsverbrechen am Balkan, eigentlich damit dazu beigetragen, dass die Opferdoktrin langsam infrage gestellt wurde. Und dann durch die Frau Nitzke-Erklärung, aber auch durch eigene Erklärungen von Kurt Waldheim und seinem Nachfolger Thomas Glästil als Staatsdoktrin langsam erodiert ist. Frau Nitzke hat 1991 in einer Rede eine Mitschuld Österreichs am Holocaust eingestanden, also die Opferthese damit relativiert und sind seit 1986 weitere 32 Jahre vergangen. Die Restitution ist mittlerweile angelaufen. Ist Herr Professor Rathkolb der Opfermythos nun beseitigt oder tritt er in neuem Gewand auf? Sie sagen ja, die Fokussierung auf die Aufarbeitung des in Teilen ja vorhandenen Widerstands in Österreich würde mitunter eine direkte Auseinandersetzung mit der Tätergeschichte überdecken. Der Opfermythos kommt über Umwege wieder zurück in die Publizistik, in öffentliche Debatten. Also nach wie vor zum Beispiel umstritten ist die Frage, war jetzt der autoritäre Kanzler Engelbert Dolfus, der erste Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, ein Opfer des NS-Terrors oder ist er der Zerstörer der Demokratie? Oder auch die Frage hat zum Beispiel die sehr anpassende Politik des Schuschnigg-Regimes an die deutsche Politik ab dem Juliabkommen 1936 nicht die Zerstörung dieses Staates mitgetragen. Das sind schon noch Fragen, die immer wieder diskutiert werden, auch in der Publizistik dann eine Rolle spielen. Was ganz interessant ist, wir haben momentan so eine doppeldeutige Botschaft. Eine doch immer steigende Mehrheit, die einen Schlussstrich möchte unter diese Zeit, unter die Debatte über die Rolle von Österreichern im Nationalsozialismus und Holocaust und auf der anderen Seite aber auch ein sinkender Opferdoktrin. Also man ist sich der Mitverantwortung, der Mitschuld mehr bewusst heute in der Gegenwart und gleichzeitig will man aber einen Schlussstrich ziehen. Ich glaube, das ist ein deutliches Signal an die Politik, an die Bildung, an die Medien, dass jede Generation ihren Zugang zum Nationalsozialismus und zum Holocaust neu verhandeln muss, auch vor den Rahmenbedingungen der aktuellen Politik, der aktuellen Auseinandersetzungen über Migration, über Flucht, über Asyl. Und da bietet die historische Auseinandersetzung, glaube ich, eine gute, wichtige und vor allem eine nicht so emotionalisierte Basis, wie das in der aktuellen Diskussion zu diesen Themen durchaus der Fall ist. Sie führen hier, Professor Rabkolb, ja auch immer wieder Studien zum Geschichtsbild der Österreicher durch. In einer Studie aus dem Vorjahr geht hervor, dass jeder Vierte heute noch daran glaubt, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Aber in dieser Studie plädierten auch 43 Prozent der Befragten für einen starken Mann an der Spitze Österreichs, und zwar mehr die Jungen als die Alten. Ist das für Sie ein Versagen des Geschichtsunterrichts in den Schulen? Wieso wünscht sich fast jeder zweite Befragte einen autoritär geführten Staat? Das ist eine, glaube ich, wirklich ganz zentrale und wichtige Frage für unsere Demokratie. Das ist ja auch kein Phänomen, das wir in Österreich sehen. Das ist inzwischen ein europäisches, internationales Phänomen. Von den USA über Westeuropa nach Osteuropa, Afrika, Asien, wohin Sie schauen, gibt es einen immer stärker werdenden Trend Richtung Autoritarismus. Ich glaube, das ist auch eine klare Botschaft für Politik, Medien, auch für das Bildungssystem, nicht sozusagen Geschichte als eine Art abgeschlossene Entwicklung zu sehen und das auch politisch korrekt zu interpretieren. Und mehr oder weniger dann zu vergessen, dass natürlich auch Geschichte etwas mit unserer Gegenwart zu tun hat. Dieser Flucht ins Autoritäre ist sicherlich auch ein Signal der Unsicherheit, der Ängste in der aktuellen Globalisierung, in den Folgen der digitalen Revolution. Also hier auch eine ruhige, unaufgeregte, sachliche Debatte zu führen, glaube ich, kann man dann auch leichter umsetzen, wenn man ein klares, kritisches, selbstbewusstes Geschichtsbild hat. Und unsere Umfragen haben auch gezeigt, je negativer und mehr oder weniger geschichtsverherrlichend die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg gesehen wird, umso stärker auch der Trend in Richtung eines autoritären Systems. Und das Spannende bei dieser Umfrage ist wirklich, dass offensichtlich die ältere Generation aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust gelernt hat, dass die Jungen aber erst diese Erfahrung machen müssen. Sie ist nicht mehr so emotionalisiert, nicht so nahe durch persönliche Erinnerungen, Bezüge, auch innerhalb der Familie. Und es ist ein wirklich auch großer Bildungsauftrag. Also wer politische Bildung wirklich ernst meint im Sinne von demokratischer Bildung, der muss auch eine umfassende Auseinandersetzung über den Nationalsozialismus, den Holocaust und auch über die Diktaturerfahrung an sich in Europa und in Österreich führen. Herr Professor Radköp, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.